ja hallo herzlich willkommen zum ersten part jetzt gucken wir uns erstmal an wie man eine Psytrance Kick dran bauen kann und das ganze hört sich so an und ist auch grundlegend recht einfach zu bauen möchte ich behaupten und zwar das erste was wir machen ist uns hier so eine MIDI Spur zu erzeugen ich nehme die nochmal weg wir klicken halt einfach hier irgendwo hin machen neue MIDI Spur erzeugen und dann markieren wir hier so einen Bereich drücken rechts machen MIDI Clip erzeugen das ganze könnt ihr auch über Shortcuts machen und so aber ich versuche es jetzt mal ein bisschen nachvollziehbar zu machen so und zwar können wir dann hier einfach rechts ziehen und das bezweckt quasi dass quasi dieser MIDI Bereich einfach geloopt wird genau und dann mal gucken was ich hier für Noten genommen habe A0 genau dann zeichnen wir uns hier einfach ein paar Noten ein so das ist natürlich jetzt hier schon die vorgebaute aber ich will euch jetzt erstmal ein bisschen das Prinzip zeigen und zwar ähm es ist trotzdem ein bisschen die vorgebaute noch ein bisschen noch ein bisschen lang ähm ich drücke jetzt hier mal STRG A für alles markieren und ziehen das ein bisschen kürzer so ungefähr äh können wir nachher noch anpassen so als erstes besorgen uns erstmal einen Operator Instrumente und dann Operator ziehen den rein und dann hört sich das erstmal so an und zwar würde ich jetzt erstmal hier so ein Scope reinziehen das ist kein Ableton Plugin äh ich will euch nur einmal zeigen was da quasi jetzt aus dem Operator rauskommt und das ist halt quasi einfach nur eine Sinusschwingung über eine bestimmte Zeit und die wie sich quasi diese Schwingung verhält können wir hier an diesen Parametern hier einstellen das ist die ADSR Kurve quasi und ähm das hier ist der Attack Decay Sustain Release und den ziehen wir einfach runter und dann seht ihr schon dann passt sich das an wir gucken ob wir das hier noch ein bisschen besser hinkriegen genau und dann haben wir quasi sowas ähm das ist jetzt schon mal hört sich schon ein bisschen mehr nach einer Kickdrum an ähm ist aber immer noch nicht was wir haben wollen äh was wir jetzt machen ist quasi jetzt zur Zeit schwingt die halt überall gleich und die Idee hinter so einer Kickdrum ist eigentlich dass man den vorderen Bereich ein bisschen schneller schwingen lässt dass die quasi so einen Anschlag vorne kriegt das hört sich dann so an so so und dann können wir hier pitchen ähm kann man das so irgendwo nein hier genau und was wir jetzt quasi geschafft haben ist dass die eben was geht drum dass die vorne ein bisschen schneller schwingt und dass wir dann so einen Anschlag vorne kriegen ähm das ist jetzt erstmal die grundlegende Idee ähm man kann natürlich jetzt hier noch umoptimieren hier könnte man jetzt die noch ein bisschen länger ziehen die ganze Kickdrum oder kürzer machen ähm aber das ist erstmal das prinzip genau ich würde die jetzt erstmal wegschmeißen die spur weil ich habe das nämlich hier schon alles vorbereitet und wenn ihr da noch ein bisschen rum spielt dann kann sich das halt quasi so anhören und wie ihr das erreicht das wollen wir uns jetzt angucken genau hier haben wir wieder unsere Höhkurve ähm ich habe da halt ein bisschen rum gespielt bis das ganze so angehört hat wie ich das will ich nehme mal die ganzen Geräte hinten noch raus ähm hier habe ich den Pitch quasi wieder auf 100% gestellt und hier vorne einen schönen Anschlag äh modelliert ähm dann habe ich das Timing um 20% nochmal äh verlängert und ich habe noch einen zweiten einen zweiten Ostellator dazu genommen der modelliert quasi das bestehende Signal aber da würde ich jetzt erstmal nicht so drauf eingehen das können wir gerne nochmal gesondert machen ähm genau also wenn ich den raus nehme hört sich das so an wenn ich ihn wieder rein wenn ich ihn quasi wieder rein mache hört sich das ganze so an so ähm danach habe ich einen EQ genommen einfach um die äh äh mitten ein bisschen raus zu nehmen und ähm die obere mitten im also die unteren mitten raus zu nehmen und die obere mitten ein bisschen rein zu drehen dann hört sich das ganze so an danach habe ich noch ein bisschen Fine Tuning gemacht hab hier ganz unten den den unnötigen Frequenzen raus genommen und danach noch einen Multiband Kompressor der das ganze halt noch ein bisschen nach vorne schiebt und dann hört sich das ganze so an genau im Scope sieht es dann so aus und äh damit ihr jetzt nicht jedes mal hier in die ganze Chain rein müsst und irgendwelche Parameter suchen müsst habe ich euch quasi hier vorne einfach das wichtigste zusammengefasst das ist einmal der Klick quasi wie 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 krass das quasi oben äh ja klickt genau dann seht ihr schon das manipuliert dann hier den Equalizer ich stelle das mal zurück dann könnt ihr die Kompression hier regeln so ist es ohne so ist es mit ähm dann könnt ihr hier die Basslänge noch einstellen und dann der Pitch das ist quasi hier die Geschichte ich lass mal anklick dann könnt ihr quasi den Decay hier einstellen genau ähm das wärs erstmal äh es wird auf jeden Fall Fragen geben denke ich mal äh wenn ihr irgendwelche habt schreibt das unten in die Kommentare rein und dann gehen wir in jeden Part einzeln nochmal rein alles klar bis zum nächsten Mal